Freunde meine Freunde der Leicht und Sechen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Der happy-unterschied-unterschied-unterschied-unterschied-unterschied-gemahd ist wieder am Stizzle. Und wie ich ja gestern gemacht habe, gestern oder heute meinen zweiten Kanal fertig machen. Ich habe den fertig gemacht. Ich habe hier noch mein Hintergrundbild gemacht. Dann seht ihr schon die eine Änderung. Und hier ist man das jetzt keine Videos. Aber ab dem Kanal da kommen da kommt vielleicht heute auch ein wahre Projekt und minecraft minecraft server wird es dort auch geben. Auf dem happy 541 account wird es minecraft server geben. Und ja auf dem wird es einfach let's plays minecraft clash of clans geben. Das erste Video was heute auf den Kanal kommt. Da versuche ich auch ein geiles intro mitzumachen. Und ja auf den happy-unterschied-unterschied-unterschied-gamer-hd da kommt da kommt Vlogs. Auch Let's Plays. Aber auf Happy 541 kommen hauptsächlich nur Let's Plays und anschließend Let's Plays nur. Und damit fange ich auch nach dem Video fange ich vielleicht auch gleich schon damit an. Ich hoffe euch hat das Informationsvideo gefallen. Link zu diesem Kanal von Happy 541 findet ihr in der Videobeschreibung sowie der Happy-unterschied-unterschied-unterschied-gamer-hd-kanal. Den findet ihr auch unten in der Videobeschreibung verlinke ich euch beide Kanäle. Bis zum nächsten Mal. Ciao.